ja servus youtuber und herzlich willkommen zurück in left4dad2 mit dabei ist heute der smoker servus und ja leider der kitze nicht aber die so ist natürlich dabei und auch der luis alle beide natürlich hören los ja jetzt geht es weiter wir sind wahrscheinlich gerade im endfight denke ich jetzt mal wenn ich nicht zu denken habe und das wird auf jeden fall ziemlich deftig zu zweit aber wir schauen dass wir es packen und auf geht's verdammt der scheiter ohne zweite pistole los geht's los los geht's los 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 so Oh, da ist er wieder getündelt. Da krieg ich... Oh! Lade nach! Achtung! Boah, geht er! Habe ich! Na ja, ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Oh oh! Ah, die Schrotze, gefällt mir richtig. Endpile! Da kommt doch noch ein Hunter, ne? Glaub ich so. Einen Tank? Einen Tank, ja, einen Tank. Oh oh! Mach er nicht raus! Haukt sie! Die grundehrlichen Toten! Ah, siehst du? Oh, Alter, genau hier unten! Die müssen wir wegmachen! Haben wir das Licht an! Warte mal! Ich hab einen Molly, warte! Hast du einen Molly? Die Lose brennt! Fang! Jawoll, ja! Wie ist denn? Boah! So viel Katsch! Olli! Nein! Nein! Oh, Alter! Ja! Haha! Das ist auch geil! Äh, warte mal! Wie war das jetzt nochmal? Mit dem... Hast du das noch? Oh Gott! War einfach wo? Grad aus! Immer grad aus, ne? So! Immer grad aus! Heißt der Daktor! Wir haben Gaste! Oh, lass mich nauf! Ich muss von vorne! Nein! Oh, jetzt schubst mich die runter! Entschuldigung! Oh, geil! Sorry, im Blues lenken die meisten von dahinten ab! Die Scheune ist da hinten! Jetzt müssen wir hier runter! Vorsicht! Oh, Cha-Cha! Scheiße! Kettensäge! Ja! Warte! 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 Ja! Auf geht's! Hier haben wir ein Häusler! Geht zum Bauernhof! Munition! Oh Gott, ist das Schee! Da ist das Funkgerät! Ah, das ist für der Treppe! Oh wie, das ist für der Treppe! Jo! Ja! 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 ich gehe mal runter und gerne zum gerett soll das der gern zum gerett ich bleibe an der treppe und lukse alle her hallo edelsten waffe bereit bin bereit wir können sofort los ich weiß noch nicht ob das so eine gute idee ist wenn du da unten stehst auch mal aber dass von mir am rücken nix kommt weil wir uns nicht gleich durchbrechen durch die tue die hängen andere fest die kriegen die tür nie kaputt die Schöne Boomer! Ich könnte Molly mal rumbehalten! Kann nix! Komm weg! Schau Molly runter! Boah! Boah! Alter! Unten Feuer, oben Säure! Ja toll! Säure ist weg! Oh nein! Hilfe! Kurier dich besser aus Francis! Runden Munition! Ja genau! Ui du bist die Beste! Tank! Tank! Lade nach! Lade nach! Noch außen! Ich hab keinen Molly! Der kommt unten rein! Denk fest! Denk fest! Denk fest! Ja genau! Jawohl! Boah! Stitt! Nein! Off! Tschüss! Das war's noch nicht! Los! Weiter! Ich dachte ihr seid auch abgehauen! Ich war schon draus! Hey! Danke! Lade nach! Wir sind die Haken verstanden, Alter! Fuck! Ich muss schnell Muni holen! Ich hab nur... Nee! Ich hab nicht! Wo! 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 Scheiße! Junge! 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 Die lassen sich aber ewig Zeit, ey! Das funktioniert nicht! Ich hab mal da! Ah! Ich hab nicht die Mühe! Wo? 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 Ich hab... Smoker hab ich gehört Lade nah! Muni wird langsam knapp Naja, naja Schau mal, ne Schrotze ist echt cool Oh, Hauskampf mit ner Schrotze? Das geht eigentlich, ne? Geh ne Tank Ja Der kommt wieder unten Das wär ja gar nicht mal so ungeil Der ist wieder unten nach hinten nach links Lade nah! Lade nah! Lade nah! Jetzt mal muss ich auch drauf lassen Lade nah! Lade nah! Schnell runter Muni holt Lade nah! Du solltest nicht ab Jede, der kommt Ja boll, raus, 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 raus Wo kommt der? Wo kommt der? Hinter dir! Wow! Wack, wack, wack Wack, 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 wack Wack, 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 wack Wack, 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 wack! hier hier ist er ja ich komme ich komme nein nein kann nix kann nix hinter mir nein yeah Alter wir haben's Herrlich ja olja leute ja wir lassen den Abspanner laufen ich hoffe euch hat's gefallen danke fürs zusehen und vergesst nicht Kommentare Daumen Abos und auf jeden Fall unsere Kanäle mal anschauen die sind verlinkt in der Videobeschreibung hier sehen uns beim nächsten Mal bis dahin genießt den Abspann und servus tschüss ja war doch geil definitiv oh ich bin zweiterhander heute mal ja ich hab mich dreimal getötet hm zu geil getötete gewöhnliche infizierte ich 294 ey schau mal achso ja ok ich sag jetzt lieber nicht was sonst ja war doch echt geil nur lief super ja das ohne ne neustart ne auf jeden Fall ja bis dahin nochmal servus tschüss na